Ja, und somit herzlich willkommen zum 10. Bundesligaspieltag. Heute sind wir in München bei Bayern zu Gast. Und ja, jetzt kommt die große Frage. Wir haben es letztes Mal Haushoch gegen Hannover verloren, jetzt spielen wir gegen München. Ja, jetzt ist die Frage, wie das Spiel ausgeht. Ich bin mal gespannt. Schwierigkeit natürlich wieder dieselbe auf Halbprofi. So, haha, daneben. So, oh, 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 ausgedribbelt. Und neuer, komm. Ja, komm, der war einfach für dich, gell? So, wir fangen ein bisschen langsam an, lassen den ein bisschen aufwärmen und so, ein bisschen ins Spiel reinkommen. Und dann versuchen wir mal ein paar Tore hier zu machen. So, und? Ah, aber steht keiner mehr da. Das war leider schade. So. Ah, ah, ah. Ja, wollte ich gerade sagen. Irgendwie bin ich da ein bisschen hängen geblieben. So, Hummels macht den Freistoß. Gehen wir da mal hin. So, komm ich hier durch? Äh, ich hab gar nicht gepasst. Hallo, was machst du eigentlich? Irgendwie ein bisschen seltsam gerade. Eigentlich hab ich mich mal... Ah, toll, wie das so weit, jo? Na, ich wollte zu den Mobile hin. Hätte eigentlich gereicht. Na, 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 na. Lass mich in Ruhe. Gibt's ja nicht. Na, verdammt, so weit nach vorne gelegt. Oh. Ah, abgefangen. Jetzt hab ich den wieder so schön gerettet. Aber... Beim passen. Na, wa... Hallo? Was soll jetzt wieder das schon wieder gewesen sein? Hm. Elf Minuten. Große Gefahren gab's noch nicht. Ein, zweimal hatte ich schon die Chance. Dass es ein Tor wird oder so. Oder in die Richtung geht zumindest. Ah, meiner! Alter, ich war zweimal dran und tappen immer noch nicht. Dieses Schwein. Jetzt, ja, genau. Ja, pff, wo laufst du hin? Ist okay. Lauf vom Tor wieder weg. So. Na! Der lässt sich fallen. Habt ihr das gesehen? Genau. Also noch unfairer kann's echt nicht sein. Das will ich jetzt mal hier... Guck. Was soll ich machen? Der lauft zu mir hin und dann lässt er sich fallen. Voll auf den Kopf. Ich wollte einen Kopfstand machen. Das sah ja fast schon aus wie Breakdance. Oh. Und ich bin ja so gut im... Wo schießt, Müller hin? Eher links, eher rechts. Oh! 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 Alter, ich hab schon gedacht, der war's drinnen. Da hab ich gedacht, ich hab ihn gehalten und dann ging's plötzlich weiter. Alter! Verdammt! Verdammt! Oh je! Vor allem eigentlich bin ich nach links gegangen und er hat eigentlich ziemlich mittig geschossen. Das war dann doch ein bisschen unerwartet. Und deshalb hab ich schon gedacht, dass er reingeht, weil ich gesehen hab, oh, ich springe nach links. Aber irgendwie... Ist der Weidenfeier doch noch an den Ball hingekommen. Jetzt! Ja! So, komm! Wir haben hier Immobile. Muss wieder ein paar Tore machen. Ah! Ich glaub, ich sollte nicht zu viel auf die Spieler achten. So, so gezwungen, so, dass Immobile hier einen Ball bekommt oder so. Es ist einfach hier einfach zu gucken. Ah, guck, perfekt. Hier einfach durch. Und! Ne. Aber halt auch... Ja, eigentlich viel zu gerade auch hier hingekommen. Also... Brauch ich mich auch groß gar nicht wundern. Wow! Alter, wo steht denn der? Alter, der stand einfach neben mir. Und ich komm nicht ins Tor rein. Guck mal, wo das steht. Das hätte nie halten können. Oh. So. Lauft einfach durch. Verknallt das stehen. Hin und her. Gibt es wieder Gas. So. Hast du das gesehen? So. Nein! Alter! Ich wollte... Auch wieder nicht so weit. Ich wollte nicht zu Ramos spielen. Das wechselt wieder so geil, die Spieler. So. Ein bisschen blöd hingekommen. So. Ja, komm. Lauf selber rein. Komm. Wenn wir nicht mehr auf so eine Höhe einen Ball holen, will dann lauf ich meistens ins Haus. So. So. Jetzt aber. Nein! Abgefangen! Komm! Gib Gas! Ah, nein, 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 nein! Gib mir! Ja, ist schön! Nein! Komm! Perfekt! Genau so wollte ich es machen. So hatte ich es geplant. Wie gesagt, Immobile macht das Tor. Was für ein Kampf das auch noch war. Der ist schön mit dem Kopf rein. Ja, zack. Aber der hätte auch nicht mehr so weit hoch gehen können. Wuhu. Acht Tore. Mal schauen, wie es dann in der Tabelle aussieht. In der Torjäger-Tabelle. So. Oh, wir sind endlich mal wieder in Führung. Ich fühle mich schon so leicht wieder ein bisschen sicher. Aber wie gesagt, ein Tor, dann sieht es halt gleich anders aus. Also eins sollten wir noch machen und dann kann ich mich einigermaßen sicher fühlen. Hallo? Ball? Guck mal wieder. Na? So, jetzt aber. Schnell hier. Vor allem, wir haben noch nicht mal die Halbzeit. Wir haben noch über die Hälfte vom Spiel. Nein, Ball verloren. Ich wollte gerade umdrehen ein bisschen. Warum ist der umgeflogen? Ramos? Spielerwechseler und Ramos fliegt einfach mal hin. So, auf der Seite. Ich habe niemanden mehr, der mich steuert. Und da kommt schon das Gegentor, hä. Das kann es doch echt nicht sein. Das kann es echt nicht sein. Vor einem schwulen Götze. Das gibt es echt nicht. Ei, 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 ei. Das geht mir schon auf den Sack. So, nimm einen Ball. Nein, ich wollte gerade schießen. Auch wenn es ein bisschen weiter weg war, aber so. Nein, es war eine schöne freie Bahn. 1-1 zur Halbzeit. Tja, da ist noch alles offen. Ziemlich schön ausgeglichen. Seiner ist ja gerade ein bisschen gerumpelt hat. Das sah gerade so aus. So, keiner hat mehr wie zwei Tore. Aber das mit den Einblendungen klappt irgendwie nicht so ganz. Obwohl der Kommentar auf Englisch gestellt ist. Oder es war vielleicht wirklich ein Bug oder so. Was die dann mal rausgepatcht haben. Ich weiß es nicht. Muss ich das jetzt verstehen? Er läuft einfach direkt ins Aus. Keine Ahnung warum. Aber es soll mir recht sein. Hallo? Das gibt es doch nicht. So, ja, 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 ja. Hier meiner. Eigentlich habe ich gerade noch gepasst. So, wieder verloren. Das geht mir manchmal echt zu schnell. Ich freue mich so hoch. Ich habe einen Ball. Und dann verliere ich ihn wieder. Nein, es war gut ausgewählt, Spiel. Und dann wollte ich von Hand nacharbeiten. Jetzt. Okay. Einmal hier hin. So, oh. Oh, da wollte ich aber nicht durchspielen. Ich wollte zu Ramos hin. Das war ein bisschen seltsam. So, wo geht es hin? Ja, da ist mir wieder direkt an den Spiele hinlaufen. Oh, schön durch. Aber nicht gut in den Lauf rein. So, hier der Götze. Komm her. Mach dich fertig. Oh, der läuft halt eben mal Eingang. Der läuft halt im Alleingang. Ich wollte schon wieder sagen, hey. Die stehen alle nur da. Also, sobald der Schuss kommt. So, jetzt. Los geht's. Hallo, warum laufst du nicht? Weil du bist so ein Mongo, echt, hey. Kann's doch echt nicht sein. So. Ah, was machst du? Was machst du? Na, na? Lauf uns aus. Eine Idee. So. Aber langsam sollte ich jetzt mal wieder ein Tor machen. Also, bevor mir dann irgendwann doch noch die Zeit ausgeht. So, aber ich finde gerade groß keine Lücke so an sich. Ich meine, schon. Oh. Vorm Mittelstrich schon wieder den Ball verloren. So, da hat sich wieder einer hingelegt. Nein, 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 nein. Ey, ihr seid einfach... Guck mal, wie viel das stehen. Das kann's echt nicht sein. Vor allem, was war das für ein Lauf von dem? So ein Zickzack-Grünor-Lauf. Schon wieder der... Ah, ich sag jetzt mal nix dazu. So, jetzt aber. Jetzt zeig ich euch, wie das geht. Nein, verdammt. Wieder zugemacht. Wo schießt er eigentlich hin? Ja, komm. Gib mal her. Hallo? Ja, okay. Der war... Ein bisschen zu weit. Zum Glück. So. Attacke. 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 Alter, der haltet mich. Oh, aus dem Pfosten. Da hat der Zau nicht gepfiffen. Haltet mich am Trikot fest. Das war sogar nicht mal Pfosten. Hat sich aber irgendwie so angehört. So. Ich brauch den Ball erst mal. Was war das für eine Aktion? Ah, da wollte ich eigentlich nicht hin. Äh. Was machen die? Können die irgendwie nicht Fußball spielen? Ich weiß es nicht. Scheint gerade so. Oh. 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 Was? Was abseits? Alter, da waren vier von denen im Strafraum. Da war ich noch nicht mal. Wollt ihr mich ehrlich verarschen? Eigentlich wollte ich eh zu Ramos spielen. Das gibt's doch nicht. So. Ich will meinen Ball und ein Tor. Nein, zwei Tore will ich. Und meinen Ball. So. Ah. So was hab ich nicht gedacht. Ich hab zum Beispiel mal ein bisschen das Tempo aus dem Angriff rausgenommen. So. So. Macht mir das. So. Gibt Gas. Und hier durch. So. Jetzt. Oh. Frei. Warum bremst der so ab? Das gibt's nicht. Es war so schön. Und das war glaube ich meine letzte Chance. Alter. Schon wieder wechseln die. So. Ah. Gehalten. Wäre eine Idee gewesen. Können sie alle pfeifen. Komm. Noch einmal. Braucht den Ball. Noch eine Chance. Können sie schon wieder verlieren, ey. So. 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 Es dauert zu lang. Drei Minuten Nachspielzeit. Jetzt. Alter. Der bleibt nur stehen. Hallo? Hat er mich verarscht? Und dann wechselt das Spiel wieder. Ein Spieler. Und ich konzentriere mich auf einen anderen. Ey. Dein Ernst? Ich kretsch nur noch rum, ey. Ja. Und jetzt ist plötzlich Vorteil. Ey. Ich kann. Ich kann gar nicht richtig spielen, wer das blöde Spiel alle und die Spieler wechselt. Ja. Und jetzt. Und jetzt gibt der Freistoß, oder wie? Wollt ihr mich ehrlich verarschen? Der stand jetzt 10 Minuten in der Ecke drin. Die Mauer. Eigentlich wie bei einem Eckstoß. Da macht man nie die Mauer hin. Was machen sie schon wieder das gleiche? Was für ein Mongo-Spiel. Sogar hatten die einen Elfmeter und den haben sie nicht mal reinbekommen. Also an dem lag es auch nicht mal. Da haben sie das später. Und da haben sie auch nicht mad. Aber das ist wichtig. Der